Das war's für heute. Stunnt einfach mal alle und... Ja, die sind einfach mal so down dann. Das ist krank. Alles, was ich habe, ist diesen einen Typen da gekriegt. Alles, was ich habe, ist dieses dumme T-Shirt. Das Ding geht aber irgendwo hin. Heilig! Paff! Achso. Oh! Wieder was gelernt. Ich kann die in der Luft ja greifen. Voll vergessen. Stimmt ja, ich kann die ja in der Luft greifen. Da war ja was. Ach, du Scheiße. Was kommt jetzt? Gewalt auch gegen Gott sich wendet, wenn das Herz ihn verleugnet und seine Güte schändet. Erstmal speichern. Was? Wir sind schon durch Gewalt durch? Abscheulicher Sand. Ach, du heilige Scheiße. Wo bin ich denn jetzt? Castle of Sand. Ich sehe schon. Na komm doch her. Achso. Ein Talibum. Ich sag das doch gleich. Paff! Bam! Das da oben haben wir auch gesehen. So viel kann ja im Grunde nicht mehr kommen. Jetzt mal rein terroritisch gedacht. Was könnte ich noch gut gebrauchen? Ich glaube, ich level mal Sünden des Vaters auf, weil ich gesehen habe, dass ich das auf drei hochbringen kann und das mir ziemlich krass erscheint. Oder? Das Reliquienfeld hätte auch was für sich. Wie viel kostet das Reliquienfeld? 3.000 gekauft. Und kann ich nämlich äh beschleicht den Zuwachs von Lösungseck. Das hat auch was für sich. Das Ding habe ich auch voll. Da hat er es gegen Konter... Gegen Konterattacken? Wie in den Fernand... Das ist... Ne, wir nehmen mal... Was nehmen wir denn mal? Wie können wir das hier machen? Sinn. Noch einer mit Problemen. Was los? Brunetto Lattani. Wie ein Mann sich unsterblich macht. Der florentische Philosoph von Scholar war früher Mentor des jungen Dante. Als Strafe für seine Sünde der Sodomie schmordet er in den Kreis der Hölle. Mittlerweile reagiere ich nur noch darauf, wo habe ich jetzt mehr oder weniger Erfahrung. Ich weiß nicht, ob das gut oder böse ist. Es sei denn, manche Leute regen mich wegen ihren Taten richtig derbe. Auch dann zerfick ich sie einfach. So wie den da. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Moment, kann ich das selber... Ne, ich kann selber nicht davon bedingst werden. Oh, das Ding kommt jetzt schon zweimal. Ich kann nicht durch euch durchdashen. Das war cool. Ist das jetzt so ein Hybrid oder wat? Achso. Ich habe ihn weggeschmort. Das war cool. Okay. Oh, hi. Oh shit! Shoryuken! Das Ding trifft gar nichts! Zerfickt! Verpüßt ihr, du Arschner! Ich glaube, ich möchte mal wieder kontern. Danke! Und doch, du Arsch! So. Alter. Noch eine Seele. Jetzt liegen die hier aber auch überall rum. Gudo Gerara. Guguera. Was habt ihr für einen Namen? Achte mich nicht für mein Bitten. Der weiße Krieger und früher der Garsch, äh, suhlt er sich im Blut seiner Feinde und gar der Feinde der Sodomie hin. Das mache ich jetzt nur wegen den, wegen den Seelen. Nicht, weil er böse ist. Und ich habe mich verklickt. Genau. Regel 1. Macht ihr irgendwas, was ihr später bereut, sagt ihr, ihr habt euch verklickt. In einem 360-Spiel verklicken. Ich verstehe die Hitbox von den Dingern nicht. Es ist nicht spot on, also es ist nicht komplett genau. Weil der zum Beispiel eben war punktgenau. 900 Bonusseelen. Sexy. Ich hätte ihn doch in die andere Richtung schicken sollen. Ich hätte ihn doch in die andere Richtung schicken sollen. Was soll's. Noch drei Münzen, haben wir alle Münzen gefunden. Oh Mann, oh Mann. Ich brauche Mana, ich bin viel zu Mana verschwenderisch. Ich glaube, das sollte unser nächstes Ziel sein, was, äh, Kaufen angeht. Mana-Erhöhung. Wo haben wir denn hier was? Das möchte ich auch mal machen, weil das ist auch verdammt cool. Der erste Zauber im Spiel und der ist so, im Grunde sogar richtig praktisch. Woa, woa, woa. Pixel Mania. Genug, 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 genug. Nein, es ist nicht an uns, über diese Seelen zu richten. Welche Seelen? Deshalb kämpfen wir. Sie sind nicht wir. Kämpft mit mir, Kreuzritter. Vergießt das Blut der Heiden. Ziert euch nicht. Ihre Seelen sind schon verloren. Oh, scheiße. Ihr seid mir nicht böse, oder? Das könnt ihr blocken? Na komm, schlag mich. Ihr macht ja gar keinen Schaden. Doch, ihr macht Schaden. Na komm. Komm schon. Dieser Neige macht nicht mal Schaden. Ist er tot? Ne. Jetzt ist er tot. Was seid ihr? Oh Gott. Ohne Scheiße. Also manche Sachen, manche Fähigkeiten sind echt überaus praktisch. Fähigkeiten, dass die blocken können. Ist so ziemlich krank. Das habe ich mir von denen noch nicht erlebt. Die konnten ja auch regelrecht. Okay, ich glaube, die Erlösung hier einzusetzen war ein bisschen... Overkill. Sind die auch krass, Moon? Okay, aber hat man erstmal ihren Schild weg, sind sie... Ein ziemlich leichtes Ziel irgendwo. Und jetzt... Ihr Schild kann man mit den... Mit den... Mit den Fernangriffen ziemlich geil wegbursten. Das funktioniert gut. Die Moves in diesem Spiel sind so verdammt cool. Und haben auch Wirkung. Das ist das Geile einfach. Okay. Uh, da oben ist was. Das ist was, was ich haben will. Ich habe Angst, runter zu fahren. Digga, pass doch auf, was du tust. Manchmal wünsche ich mir, er würde ein bisschen mehr... ...auf festem Boden stehen, wenn er sowas macht. Okay, was haben wir denn da? Vor allem, das Kreuznachriffen können nicht mehr unterbrochen werden. Das ist auch nicht schlecht. Aber dafür setze ich die leider nicht oft genug ein. Achso, ich soll da hin. Ups. Yep. Okay. So weit, so gut. Puff. Voll Energie, sehr schön. Ich sollte also wirklich mal darauf hinbauen, mal... ...versuchen, meinen Manaf also zu... ...zu maximieren. Mal hier, was wir hier gefunden haben. ...kriegt er irgendwie noch, oder? Nee. Das schafft er doch nicht, oder? Nee. Nee, das... ...wird nix. Und da möchte ich, glaube ich, gar nicht rein. Gut, da gucken wir mal, was wir... Ah! Lass mich raten, ich gehe in der Zeit natürlich Besuch. Was seid ihr denn? Was seid ihr denn? Ach, ne Scheiße. So. Leckt mich. Ich schieb weiter. Fickt euch, Leute. Ich schieb weiter. Und dann habe ich solche Fähigkeiten, die mir einfach mal sowas von den Arsch retten. So. Ich lasse euch jetzt einfach mal in Ruhe. Ich habe keinen Bock auf euch. Ich bin weg. Tschüssi! Das Ding bewegt sich gar nicht weiter. Aber das ja... Das kann ich euch ja doch kaputt machen. Oder auch nicht. Das Ding bewegt sich nur sehr langsam. Autsch. Zerfickt! Zerfickt! Tatsache, das Ding bewegt sich doch noch. Okay. Das heißt, ich muss hin und wieder tatsächlich mal... Ich möchte wenigstens den Großen da... ...wenstens den hier möchte ich haben. So. Ach. So einer war das. Okay. Jetzt aber. Darf ich mal... Danke. So. Das sollte eigentlich genügen. Ne. Ja. Ich glaube, die kommen da ein bisschen unendlich. Da habe ich keine Lust drauf. Was labern die? Was reden die? Heilige Scheiße. Sand der Süchtigen. Boah, yes, Mana. Mana, 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 mana. Hey, Virgil. Der Flegethorn ist der Unterwelt dritter Fluss. Okay. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass du mir einen strikten Fakt genannt hast. Oh oh. Francesco. Mein Bruder. Du. Du hast mir das angetan. Warte, hör mich an. Du verdienst es nicht, meiner Schwester Sklave zu sein. Geschweige denn, ihr Herr. Und jetzt wirst du für alles bezahlt. Ach du Scheiße. Francesco, nein. Du bedeutest mir nichts mehr. Okay, ich kann die Angriffe blocken. Autsch. Autsch. Der tut weh. Aber sein Schild ist auf dem Bauch nicht unbegrenzt. Und ich kann ihn blocken. Zwar nicht die Angriffe, aber... Shit. What the? Waaah. Ouch. Erd neun Schild. Okay. It has to be this way. Göttlicher Schild macht einfach so vieles. So broken irgendwo. Busfahrer. Die normalen Angehörigkeit blocken. Ihr habt brennende Schilde und Schwerter. Au. Das hat ein Schwert nach mir geworfen. Hau. Hau. Nein. Hahaha. Komm mal, meine Brust kriegt bei dir eine ganz neue Bedeutung. Ich merke schon. Okay. Okay. Das hat mir anders gefallen, Bro. Macht Tzatziki aus dir. Aua. Moment. Ich kann da... Ah, sehr schön. Wenn ich dem Ausfall kann ich es mir gegen ihn benutzen. Oh, shit. Ja. Es könnte noch eng werden. Oh, mein Gott. Ah. Scheiße, er hat nicht mehr genug für ein Schild. Da war keine Energie bei. Ich muss mir jetzt was einfallen lassen, gerade. Super. Alter. Ich hab nichts mehr. Ich hab gar nichts mehr. Ich hab gar nichts mehr jetzt. Ich hab's geblockt. Bin trotzdem gestorben. Oh, Mann. Beim nächsten Mal versuchen wir das nochmal. Aber damit mehr Power und mehr Kontenanz. Bis zum nächsten Mal. Sehr, Leute. malathe. 간er. Ah, ne? Ex mortality